Marie steht, wie so oft, an der Supermarktkasse. Heute kauft sie Äpfel, Brot, einen Fruchtsaft, Waschmittel, Toilettenpapier, Blumen und eine Zeitschrift. Das macht 18,10 Euro. Doch auf ihrem Kassenbau steht auch ein anderer Betrag. 16,24 Euro. Und sie entdeckt noch weitere Zahlen. 19 und 7 Prozent. Was hat es mit all diesen Zahlen auf sich? Jedes Produkt, das man kauft, seien es Lebensmittel, Kleidung, Reisen, aber auch Elektroprodukte oder Dienstleistungen, muss man bezahlen. Zum eigentlichen Preis kommt die Mehrwertsteuer dazu. Manchmal findet man auf der Rechnung auch die Angaben Netto für den Grundpreis und Brutto für den Preis inklusive der Steuern. Aber nicht nur Marie zahlt diese Steuern. Bevor zum Beispiel das Brot bei ihr im Einkaufswagen landet, wurde es zuvor vom Produzent an den Großhändler verkauft, dann an den Supermarktbetreiber und erst dann an Marie. Dabei wird das Brot immer ein bisschen teurer. Und so auch die anteilige Mehrwertsteuer, die richtigerweise Umsatzsteuer genannt wird. Umgangssprachlich hat sich der Begriff Mehrwertsteuer aber etabliert. Für jeden Verkäufer ist diese Steuer ein durchlaufender Posten, weil er sie vom Käufer vereinnahmt und direkt an das Finanzamt abführt. So auch der volle Mehrwertsteueranteil, den Marie zahlen muss, der dann in den Staatshaushalt fließt. Davon werden zum Beispiel öffentliche Aufgaben bezahlt, die Internetanbindung ausgebaut oder Förderprogramme finanziert. Warum sind es in Deutschland aber manchmal sieben und manchmal neunzehn Prozent? Zu Zeiten der Einführung der Mehrwertsteuer, so wie wir sie heute in Deutschland kennen, waren es noch fünf beziehungsweise zehn Prozent. Seitdem wurde sie regelmäßig angehoben. Seit 2007 wird auf nahezu jedes Produkt oder jede Dienstleistung eine Mehrwertsteuer von neunzehn Prozent erhoben. Ausgenommen sind Dinge, die die Grundbedürfnisse des Menschen abdecken, wie Lebensmittel, Kulturgüter, öffentliche Verkehrsmittel oder Güter zum Erhalt der Gesundheit. Diese werden mit einem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent berechnet. Das zahlt Marie dann zum Beispiel für die Äpfel, Brot, Blumen und ihre Zeitschrift. Für das Waschmittel, Toilettenpapier und den Fruchtsaft zahlt sie neunzehn Prozent Mehrwertsteuer. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, warum der Saft denn neunzehn Prozent hat. Es ist ja schließlich ein Lebensmittel. Nun ja, es gibt einige kuriose Ausnahmen. So würde Marie lediglich für folgende Getränke den ermäßigten Steuersatz zahlen. Leitungswasser, Milch und Milchmischgetränke mit einem 75-prozentigen Milchanteil. Der Fruchtsaft fällt also nicht darunter. Eine genaue Übersicht der ermäßigten Mehrwertsteuerprodukte findet ihr auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Alles klar? Jetzt weiß Marie Bescheid. ��자! Zuhause? bedroom 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 Untertitelung des ZDF, 2020